hallo hallo ihr schnubis und herzlich willkommen zu einer neuen folge equine passion mit fee nach einer woche pause ich war ja im urlaub ein paar tage und das habe ich auch echt gebraucht ich fühle mich jetzt wieder viel viel besser und auch total erholt obwohl es nur ein paar tage waren so jetzt bin ich heute ausnahmsweise hier mal beim login weil ich euch nämlich was zeigen möchte ich habe nämlich meine ganzen accounts in den urlaubsmodus versetzt und da gibt es einen kleinen unterschied zwischen dem urlaubsmodus jetzt in der vollversion und im urlaubsmodus in der demo version ich glaube aber wir gehen jetzt tatsächlich zuerst mal in die demo damit ich euch zeigen kann wie das früher war da konntest du dich einfach ganz normal einloggen und dann warst du hier drin und dann bist du aufs büro und hast dann hier urlaubsmodus beenden gedrückt okay zur account verwaltung so jetzt haben wir anfang august systemnachricht oreo cookie ist gestorben krass ok wow naja gut ich habe ja im endeffekt auch nicht darauf aufpassen können jetzt die ganze woche und warum wurde er im gangster vom tierschutzverein auf abgeholt ich habe die doch alle in vollpension gestellt und ich habe urlaubsmodus eingestellt ausgerechnet der gangster mit dem ich mit bau züchten wollte das ist jetzt doof vielleicht sollten wir dann einfach mal gucken aber das hat uns jetzt mit sicherheit wieder auch halte ansehen gekostet ja okay wir sind aber trotzdem noch gut sucht nein pferdemarkt tierschutzverein wir brauchen ein deutsches reitpony deutsches reitpony in dressur war das einer mit dressur nee dann machen wir mal springen wo springen sind aber viele drin da sollte ich dann vielleicht doch nun als klassik aber wenn der jetzt beim tsv ist dann ist er eh kein hengst mehr da adams gangster ist jetzt ein wallach scheiße scheiße allerdings wirklich scheiße das muss ich jetzt schon mal so sagen fuck ich habe ihn komplett in vollpension gehabt und trotzdem wurde er abgeholt das ist schon ein bisschen doof naja kennt ihr race schon ich glaube nicht race also ich habe zu wirklich alle verkauft und jetzt nur noch die behalten die jetzt auch wirklich sehr gut sind und genau und dann habe ich glaube ich noch race gekauft ja so war das jetzt komme ich wieder selber mit weil ein paar tage aus den accounts draußen da war ich dann auch irgendwie ein bisschen perplex so genau jetzt gucken wir doch mal moonlight moonlight ist noch nicht trainiert so genau moonlight ist ja auch eins von den neuen pferdchen so und noch einmal okay trench hat lange hufe dann schicken wir den jetzt mal schnell zum schmied die ist auch schon fertig genau bei race waren wir ja gerade die habe ich noch gekauft die ju 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 die hat ein ganz komischen namen aber ich suchte ja auch nicht nach dem namen aus so sollte ich zumindest eigentlich nicht aber manchmal haben die schon komische namen ich weiß auch nicht so und dann noch baut genau okay dann gehen wir noch ein bisschen arbeiten okay perfekt dann sind wir hier durch kai war das ist eines meiner weit beteiligungspferdchen genau also dann zeige ich euch jetzt wie das bei der vollversion ist da hat sich nämlich jetzt was geändert zurück hier zum login bei den chattees aber wenn wir jetzt hier reingeht und du kannst den urlaubsmodus erst in einem tag beenden zurück warum kann ich den denn erst in einem tag beenden zur erklärung es ist jetzt ein tag später es ist jetzt montag jetzt bin ich wieder hier im login und jetzt heißt das hier der account befindet sich im urlaubsmodus urlaubsmodus deaktivieren du hast den urlaubsmodus beendet willkommen zurück juhu sechs neue nachrichten system nachrichten ach ich habe einen freien platz okay ja das ist ja nicht so schlimm das ist ja tatsächlich nicht so schlimm okay wir müssen jetzt wieder in die bibliothek denn ich habe vorher mich über den urlaubsmodus nicht so genau erkundigt weil ich dachte dass der immer noch genauso ist wie früher und früher war er genauso wie in der demo vorhin gezeigt so jetzt ist der urlaubsmodus anders da urlaubsmodus hier sind wir der urlaubsmodus ist dafür gedacht dass du während längerer abwesenheit zum beispiel im urlaub nicht pleite gehst ja dafür war es auch bei mir gedacht er kann jederzeit im büro aktiviert werden aber erst frühestens nach zwei in game monaten also sechs echten tagen wieder deaktiviert werden ja okay also das ist jetzt schon mal die erste erklärung für die pleite von gestern also von sonntag von vor ein paar minuten sozusagen wenn der urlaubsmodus aktiviert wurde werden alle internen jobs bereiter etc gekündigt das heißt ich habe jetzt auch keine fohlen mehr okay und alle pferden die nicht bereits im eigenen stall in vollpension stehen also putzen müssten tierarzt rufen erhalten mit vollpension ohne führanlage in den hauptstall umgestellt okay also das ist ja bei mir nicht der fall aber das war früher nicht so und deswegen ist auch adams gangster leider abgeholt worden dooferweise außerdem wird der aktuelle kontostand gespeichert das war glaube ich früher auch nicht so der account läuft ansonsten wie gewohnt weiter pferde altern fohlen werden geboren die üblichen gelder gehen aufs konto rauf und runter im urlaubsmodus wird allerdings jede nacht wieder der gespeicherte kontostand wieder hergestellt das heißt also es kostet mich gar nichts um missbrauch vorzubeugen sind kredit rückzahlungen während dieser zeit pausiert okay da habe ich ja eh keine während des urlaubsmodus ist es nicht möglich sich in den account einzuloggen beispielsweise nach ablauf der sechs tage muss oder kann der urlaubsmodus deaktiviert werden um sich wieder einzuloggen das haben wir ja gesehen vor ablauf geht es nicht der urlaubsmodus endet nicht automatisch und während er bei allen accounts aktiv ist wird auch keine mitgliedszeit verbraucht das kann ich jetzt natürlich leider nicht nachprüfen denn ich habe das vorher nicht mir angeguckt aber 52 tage hätte ich noch zur mitgliedschaft ich habe auch wirklich alle drei accounts in den urlaubsmodus versetzt also ich habe ja hier schäti fee ich habe feeling und ich habe noch meinen privaten account alle hier verknüpft wo ist er denn hier ja also hier multi accounts alle eingetragen genau das heißt eigentlich müsste meine mitgliedschaft bei 52 tagen geblieben sein obwohl es jetzt normalerweise sechs tage weniger sein sollten so jetzt gucken wir einfach mal hier durch wir haben immer noch keinen praktikanten also wir haben hier natürlich just trouble steht natürlich seit 70 tagen ist ja klar weil wir jetzt im urlaubsmodus waren und das pferd natürlich nicht bewegt wurde da habe ich keine für anlagen nutzung reingemacht das war mir im endeffekt nicht so wichtig sag ich ganz ehrlich so genau also im endeffekt das sieht man natürlich schon daran dass es das dann wahrscheinlich auch die kondition gesunken ist gehe ich mal davon aus weil durch standtage wird wird ja die kondition auch weniger so wir haben übrigens habe ich euch la tata schon gezeigt weiß ich nicht wenn ich dann zeige ich sie euch jetzt nochmal wie gesagt ich bin einfach noch so ein bisschen durch den wind was ich euch das schon gezeigt habe und was nicht weil ich einfach jetzt mal sieben tage nicht online war und auch in der zeit unglaublich viel erlebt habe zu dem einfach mal ganz kurz guckt doch mal bei instagram vorbei weil da habe ich meinen urlaub eigentlich ziemlich live mit euch geteilt und euch jeden tag ein bisschen was gepostet wenn ihr das also wissen wollt wie und wo und was ich da veranstaltet habe dann guckt mal einfach bei instagram vorbei wie ich auf instagram heiße kommt einfach hier ganz am ende des videos im abspann so das mal als kleine werbung in eigener sache beziehungsweise wenn es euch interessiert ich habe ja gesagt ich werde versuchen so aktive möglich zu sein und instagram lässt sich tatsächlich in meinem alltag relativ gut kombinieren muss ich schon sagen bin ich sehr überrascht so die waren ja alle tatsächlich in der für anlage gestanden bei denen ist es jetzt mit der kondition nicht sichtbar so bei denen auch nicht das ist ja ein schulpferd da ist es ja prinzipiell ziemlich egal kalinka kennt ihr glaube ich schon ja kalinka kennt ihr schon die haben wir ja ausgesucht warum ich jetzt bin ich von la tata weggekommen gleich gehe ich noch mal zurück zu ihr so genau la tata la tata habe ich angeboten bekommen von hardina per pn und da habe ich mir eben sie rausgesucht sie ist jetzt in fahren zwar nicht ganz so begabt aber ich finde sie ist mit 4,9 doch eine gute prämierung und warum ich sie auch mehr rausgesucht habe war einfach weil sie bereits seit zehn monaten tragend ist das heißt im endeffekt habe ich gleich noch mal ein fohlen und sie ist von tarzan tragen und tarzan ist ein buckskin und der wurde sogar mit 6,0 gekürt und steht eigentlich für 10.000 als deckhengst bereit also da haben wir dann tatsächlich sagen wir ganz ehrlich einen unglaublich tollen fang gemacht wenn wir hier einen fohlen von diesem hengst haben genau sie hier sind zwei fohlen bereits rausgekommen aus ihr einmal mit 6,0 und einmal mit 5,5 und deswegen gehe ich davon aus dass la tata eine sehr gute partie ist ja als kleiner plattenschecke ist es mit sicherheit gar nicht mal so schlecht so ich finde sich vor allem süß weil sie hier so einen weißen schibbel drin hat in ihrem rahmen die finde ich echt goldig okay dann müssen wir jetzt natürlich mal schauen unsere auftragsfohlen sind ja alle weg aber ich habe hier wohl meine auftragsfohlen noch drin die mir noch zur verfügung gestellt werden ja es war nämlich gar nicht mehr so viele das ist schön dass ich die noch habe und dass die auch noch bleiben wir werden das gleich auch noch mal beim hauptaccount überprüfen weil ich die natürlich eigentlich nicht verlieren wollte so okay gut dann habe ich jetzt eigentlich heute soweit reitbeteiligungen muss ich hier noch was trainieren hier kann ich nicht mehr die raffaela kann ich auch nicht kann kann ich auch nicht trainieren aber den könnte ich mal wieder ein bisschen bewegen so deliciado jerry friedi annika kann ich auch nicht trainieren nabato ist auch soweit durch daily dresurspringen cc ist sie eigentlich auch schon komplett austrainiert ach dann gehen wir mal hier mal zehn minuten mit ihr damit so smil ist auch schon austrainiert ta witte ach ist trächtig ok nee dann kann ich hier auch nichts mehr machen ok dann dann gehen wir noch mal arbeiten und gucken mal hallo maya und gehen mit der maya arbeiten und dann war es das ein zahlen halt zurück hier einzahlen 2000 ok fertig auch hier habe ich jetzt den urlaubsmodus beendet hier habe ich unglaublich viele nachrichten freie plätze erziehungsauftrag wurde beendet ja gut aurelie und granada waren bei der prämierung und pony love hat eine neue bewerbung erhalten ok dann gehen wir doch erstmal zu granada granada wurde mit 6,0 prämiert und hat ein interieur von 7,0 das finde ich ja schon mal sehr ansprechend so dann werden wir jetzt hier mal das neue eintragen so text ändern dann können wir eigentlich für granada schon mal auf die suche dann bald gehen von einem hengst das machen wir dann mal in der nächsten zeit weil jetzt haben wir schon mitte dezember dann ja habe ich noch ein paar tage zeit aber im endeffekt sollte ich vielleicht schon frühzeitig mal auf die suche nach einem hengst gehen so aurelie wurde mit 5,4 prämiert weil sie einfach kein so besonders großes exterieur hat aber das interieur ist super also das finde ich schon sehr gut ähm so aus ausnahmsweise mal jemand der im interieur besser ist als im exterieur das habe ich auch selten so und auch hier bei ihr werden wir auf die suche nach einem hengst gehen und da vielleicht mal auf die suche nach einem hengst der ein gutes exterieur hat wobei man das ja wirklich er findet als mit dem interieur und dementsprechend ähm bin ich da sehr sehr offensichtlich dass wir da was finden werden ok gut soweit beide klar jetzt gehen wir natürlich auch mal ähm jetzt habe ich da nur noch einen Praktikanten hm ok jetzt gucken wir mal unser Kindchen an ähm unser Kind kann das das die Ellen ist glaube ich in achso die Nati hat noch nicht angenommen ähm Nati falls du das hier siehst äh nimm doch mal bitte an ich habe hier die Ellen wie beschäftigt und wie besprochen hier reingestellt für dich als äh Trainingseinheit damit du sie gefügig machst genau weil ich nämlich immer noch nichts beibringen kann die soll nämlich hier ist die sehr dominant und ruhig die soll ein bisschen lieber werden die Ellen das wäre super ok dann ähm machen wir halt hier einfach mal mit dem Training weiter mit der kleinen so ab sieben Jahren übrigens äh kann man dann ein bisschen mehr mit der machen nicht nur eine Stunde sondern tatsächlich ein bisschen mehr äh so 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 ähm halt hier wollte ich dich wollte ich zurück und jetzt auch wieder hier rein zu den Auftragsfohlen ok also da kann ich auch wieder meine Auftragsfohlen annehmen die sind auch noch da das ist super das ist tatsächlich klasse ok aber die anderen die ich äh habe die sind tatsächlich nicht da das ist gemein naja nicht so schlimm nicht so schlimm ähm hier haben wir auch ein neues Stütchen jetzt weiß ich auch nicht ob ich euch die Baileys schon gezeigt habe aber ich glaube schon ähm Baileys ist ja eine Rowan Buckskin Rowan Stute und ähm kurz dazu noch äh 5,1 prämiert deckentragend ist sie nicht hat aber schon drei Nachkommen und zwar ähm Batida de Coco Precharios und Bourbon und die haben beide gute Vollnoten und die hat sogar eine echt coolen eine echt coole Farbe und zwar ist die ein Cremello mit wem wurde das Lightning McQueen vielleicht sollte ich mit denen mal merken ähm Lightning McQueen ist nämlich ein Perlino Rowan und aus dem Perlino Rowan und aus ähm ähm der ähm Buckskin Rowan wurde ein Cremello Pferdchen ja sollte ich mir vielleicht mal merken den Lightning McQueen aber der ist halt ein Drakener hm weiß ich jetzt nicht ob ich das dann haben möchte so dann haben wir noch äh ja einen braunen und hier was haben wir hier hier haben wir ein Palomino also ähm auch nicht schlecht von Liro ist ein deutsches Pferd Liro Liro ist ein oh ein sehr sehr dunkler Fuchs ui schön wunderschön wunderschön so einen Fuchs hätte ich auch gerne tatsächlich ja so das mal noch zu ihr wie gesagt ich weiß jetzt nicht ob ich sie euch schon gezeigt habe oder nicht ähm dann machen wir jetzt mal die Auftragsfohlen und ähm kümmern uns dann nochmal um die Pferdchen aber das mache ich jetzt alleine weil ich glaube das kennt ihr ja jetzt schon zur Genüge oder ich werde mich auch dann tatsächlich daran machen jetzt diese Hengste zu suchen für die ähm jetzt prämierten Stuten ähm dass wir das zeitnah haben und wenn ich das bis zum nächsten Video schaffe dann kriegt ihr das natürlich auch zu sehen ist ja klar und dann seid ihr hoffentlich natürlich wieder mit dabei das nächste Video am Ende der Woche natürlich wieder und bis dahin wünsche ich euch alles alles Liebe ich wünsche mir natürlich dass ihr wieder einschaltet ich würde mich total über ein Däumchen freuen ich würde mich natürlich auch total über ein Abo freuen wenn ihr mein Gequatsche noch länger ertragen könnt und wir sehen uns beim nächsten Mal Instagram folgen nicht vergessen bis dann eure Vieh tschüss